Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Das ist auch mal eine gute Idee. Termine deutet darauf hin, dass man zwischen allen Terminen auch mal ein bisschen Terme braucht. Zeit für sich selber, Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Regenerieren. Damit man neue Kräfte sammeln kann, um die nächsten Termine wieder gut und ausgeruht und effektiv angehen zu können. Also denkt dran, Termine. Das macht euren Tag gut. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft. Dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist. Dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. Verdererererererer Aisler Verdererererer killeIE Getötter